Hallo zusammen, es hat hier einen einsamen, letzten Österreicher, der noch im Rauch steht und ich denke, der wird nicht mehr lange leben. Darum geben wir dir die nächste Runde und schauen zu, wie hier, hallo, komm mal hier raus, wie der da, verreckt, halt, warte, 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 was machst du, ahhh, vielleicht ist mir ziemlich schwach alt, das sollte ich besser, ja, ist gut, okay. Ähm, jetzt kommt mir gerade etwas in Sinn, ah, schau, du hast sogar schon Marines, okay, ja, du hast jemanden angegriffen, aber er hat nicht viel gebracht, äh, jetzt kommt mir gerade etwas in Sinn, eigentlich könnte ich jetzt noch mal etwas probieren, etwas, was ich noch nie gemacht habe, mal schauen, ob das etwas bringt, sobald ich dann mal dran bin, komm, mach mal, liebes Spiel, ich will, ich will zucken, weil, ich muss das machen, sonst vergesse ich es, du bitte, ähm, ein bisschen schneller machen, da, äh, zuerst mache ich dann mal mit den Österreichern noch Frieden, aber nein, bevor ich es eben vergesse, schau, ich habe da oben nämlich eine Stadt im Nirgendwo, also da hat einmal der Römer gehört, aber, ja, die hat mir das einfach so geschenkt, Und, mich interessiert jetzt, ob du, liebe Bacca, interessiert wärst an dieser Stadt, oh, jetzt habe ich vergessen, wie sie heisst, aber ich sehe sie dann sicher gerade, äh, Zeug, nein, 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 warst falsch, 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 ja, dominate Stadt anfang! Mediolanum. Und zwar möchte ich gerne 200 Gold pro Runde dafür. Nicht mal annehmen. Was würdest du mir dafür geben? Jedes Mal kann ich die Beforschung, wäre ich ungerechter als das. Ja komm, halt doch. Ist gut. Willst du das nicht eingehen? Schade, denn eigentlich bräuchte ich diesen Schrott hier gar nicht. Ich könnte es auch wieder den Römer zurückgeben, aber Römer hat gar kein Geld. Darum interessiert es mich nicht. Du hast schon wieder einen Booster gemacht. Merde, 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 Merde. Das sieht gar nicht gut aus. Oh, das ist nicht das, was ich wollte. Aber wir sind plötzlich auf 66% runtergefallen. Was ist denn los? Aber dafür sind wir hier. Schau mal, überall Ersten. Bei den Soldaten haben wir schon noch etwas weniger. Das gibt mir ja zu. Und bei der Alphabetisierung sind wir knapp, knapp dahinter. Äh, letzten sind wir bei der Zustimmung. Ach was, wir sind Nationalisten. Hallo. Alle sind doch dafür, dass wir die ganze Welt erobern. Also, das klingt jetzt nicht zu blöd. Äh, du hast hier auch ein, zwei, ein paar Schiffe. Äh, kommt das gut, wenn ich dir den Kriegen kläre? Verdammt vor allem. Ich habe fast keine Zufriedenheit mehr und ich habe fast kein Gold mehr. Ja, komm, ich mache mal hier Frieden. Äh, Frieden vorhanden. Ah, die ist jetzt. Was? Frieden ist ausgeschlossen. Mann, du bist eine blöde Nuss. Echt jetzt. Ah, wie machen wir denn das? Wir haben unsere Grenzen in diesem Fall absichert. Und du kommst mal hier hin, den Bomber. Schicken wir mal hier rüber. Das bleibt hier, das Schiff. Äh, wow, ein grosser Ingenieur. Echt jetzt? Okay, komm du bitte da rüber. Wir wollen dich bei mir haben. Äh, da tun wir... Hey, wieso lebt das sich da noch? Komm, geh weg. Äh, da kommst du mal da vorne und heilst da vorne. Du bleibst, du bleibst. Äh, du bleibst, du bleibst, du bleibst. Du gehst da mal noch ein bisschen erkunden. Oh, da hat es auch ein paar Sachen. Wir machen da mal einen auf Landeinheiten. Äh, das stoppen wir. Da wäre noch ein Frachterzahlen. Du bleibst. Mit dir komm ich da mal in die Stadt. Ja, mehr weiss ich nicht. Mit dir komm ich da oben durch. Mit dir auch. Und dann ist das mal gut. Wir wollen die Produktion wählen. Jetzt brauche ich Glaub. Glaub, Glaub. Noch so Raketenartillerie-Leute. Äh, auch hier. Da wäre ich für Raketenartillerie. Dann Uhr hat noch keine Bank. Dann mach doch mal eine Bank. Ich brauche Geld. Auch zufriedenheit natürlich. Äh, nächste Runde in Melbourne ist gewachsen. Das ist gut. Baden ist vor allem gewachsen. Das ist sehr gut. Dann haben wir eine Sitsi geliehen. Eine neue Einheit von Ileife. Die haben wir irgendwie bekommen. Äh, grosser Prophet auf den Scheissi. Momentan. Was will ich mit einem grossen Prophet? Äh, da müsste ich mal ein wenig flicken. Du? Äh, habe ich dir nicht gesagt, du sollst hier das Uran abbauen. Bitte schön. Äh, und zwar je schneller, desto besser. Ich brauche eine Atombombe. Äh, da kannst du flicken. Ja. Weil ich will mit einer Atombombe hier einen Schlag machen. Ähm, wir haben noch zwei Freunde. Der Angriff gegen unsere Interessen. Ja, komm darüber hinweg. Äh, du wirst mir wahrscheinlich eh bald mal den Krieg erklären. Oder ich dir? Äh, eins von beidem. Atomraketen, Lenkraketen. Wir wollen beides. Haha. Alles. Wir wollen auch eine Atombombe. Wir wollen alles. Und dann wird da einfach mal alles blöd gemacht. Äh, sobald ich dann mal eins dran komme. Hallo. Mach mal eine neue Einheit von Belgrad. Schon wieder geil. Wo ist denn die? Äh, ich sehe sie nicht. Äh, da. Wir sind im Informationszeitalter. Sehr gut. Sehr gut. Äh, du bleibst. Du kannst hier mal ein paar Sachen flicken. Zum Beispiel das hier. Äh, du einfach mal flicken. Das ist okay. Dann gehst du mal eins nach vorne. Zwei nach vorne. Dann bleibst du hier. Aha, okay. Äh, du hast das dort geflickt. Sehr gut. Dann bräuchten wir hier wahrscheinlich noch eine Strassenverbindung. Oder? Das sehe ich schon richtig. Ja, 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 ja. Äh, also. So, mach mal hier eine Strassenverbindung. Äh, dann kommst du mal hier rüber. Äh, dann haben wir einen Frachter, den wir wieder nach Belgrad schicken. Nein, wir schicken ihn auch nicht nach Wellington. Äh, da gibt es doch sicher etwas, das uns noch mehr Stutze gibt. Rabatt zum Beispiel. Wie viele Stutze hast du eigentlich? Äh, du könntest ein wenig Stutze brauchen. Komm, machen wir. Weil ich brauche auch Stutze. Du bleibst, du bleibst, du bleibst, du bleibst. Du bleibst, du bleibst. Äh, oh, die haben wir bekommen. Äh, das ist nicht so gut. Ich komme von hier oben mit dir. Äh, so. Ja, dann bleibst du. Äh, bleib, bleib. Äh, du baust mir da bitte mal das Uran ab. Äh, geht das ein wenig schneller? Äh, sofort hätte ich das gerne. Äh, Ballistik, ja. Spion wurde rekrutiert. Also, dann bewegen wir dich jetzt hier gerade mal schnell auf Palenque. Äh, als Diplomat? Nein, natürlich nicht. Spion, wir wollen dich ausspionieren. Äh, Baden kann wieder etwas bauen. Jetzt wäre ich hier für den Funkturm. Ja, und die Einheit haben wir gesehen. Dann gehen wir in die nächste Runde. So läuft das. Äh, uuuh, nein, nein, nein. Nicht gut, nicht gut. Äh, wir sind nur schnell da vorbeikommen, um reinzuschauen. Tschüss. Ah, zwei, drei Runden zu früh. Äh, du hast mich denunziert. Naja, habe ich eigentlich früher oder später damit gerechnet. Äh, die grosse Feierwahl. Au, 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 au. Äh, ja, ich muss dir gleich den Krieg erklären. Aber ich muss... Ah, da hast du jetzt schon drei Flugzeuge drin. Und ich habe nur eine mobile Bodenhöhe. Ah, das ist ein Seich. Das wird schwierig. Das wird UU-schwierig. Gut, da, das hier mag ich schon. Aber einfach noch nicht jetzt, ey. Ich mag es noch nicht jetzt. Das ist das Problem. Warte, äh, du musst an Land kommen. Äh, ich brauche dich an Land. Äh, 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 ich habe da einfach keinen Platz. Äh, geh du mal schnell da raus, dass du da rein kannst. Die lassen wir, die lassen wir, die lassen wir, die lassen wir. Du kannst hier noch ein bisschen weiter schauen. Ähm, ja, also eigentlich haben die nichts. Die, äh, die Mayaner, die haben also wirklich nichts. Äh, Raketenartellieren machen wir auf Offenung im Gelände. Dann brauche ich dich da. Genau. Äh, du musst auch da rein kommen. Du bleibst, du bleibst. Äh, du bleibst, du bleibst auch. Du bleibst auch, du bleibst auch, du bleibst auch. Und hier bleiben eigentlich alle. Das ist völlig okay. Dann haben wir hier wieder jemanden, der gewachsen ist. Okay, dann wählen wir eine Produktion. Jetzt brauche ich da, äh, ein bisschen Zufriedenheit. Äh, was bringt mir noch Zufriedenheit? Stadien, genau. Äh, nächste Runde. Die Uhr ist gewachsen. Was bringt die grosse Freie? Oh, du bist auch schon bei 30. Äh, ich bin noch nicht bei 40. Du bist auch noch nicht bei 40. Äh, Barock hat mich denunziert. Egal. Äh, du willst Frieden? Ja, aber, äh. Du musst mir im Falle schon ein bisschen mehr geben. Gib mir all dein Öl, das du hast. Fast alles. Und all dein Gold, das du hast. Sagen wir auch fast alles. So. Äh, nicht mal annehmen. Gewiss nicht. Also du kannst aufs Öl behalten. Ich will Gold. Hey, gib mir aber mindestens 200. Echt? Äh. 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 Muss ich haben. Hm. Wir lehnen ab. Du willst einfach kein Geld geben. Also gibt's nichts. Kein Geld, kein Frieden. So läuft das. Ah, das hier ist nicht so gut. Wie lange geht's noch? 5 Runden. Dann kann ich eine neue Sozialpolitik einführen. Sehr gut. Okay, ähm. Wir wollen ja noch nie den Krieg erklären. Wir müssen uns noch aber ein wenig aufrüsten. Ähm. Bis wir hier... Uiuuuiuiui. Da sieht es aber auch nicht gleich gut aus. Äh, wie viel Schiff habe ich noch? Äh. Du machst mal eine Raketenartillerie. Du machst ein Stadion. Äh. Ich brauche schon mehr Stadien, glaube ich. Hahaha. Sei mal hier füre. Eiiii. Da hast du noch mehr so von diesen Dinger, he? Äh. Du flicken, dann machst du Angriff, du kommst runter, du könntest ja hier mal hin, dann haben wir alles aufgedeckt, du machst auf Offenung und Schutz, dann kommst du bis hierher, das ist gut, das Schlachtschiff will ich einfach noch dort haben, den lassen wir auch, den lassen wir auch. Oh, da lassen wir eigentlich alle, müssten wir das hier noch flicken, ja, aber für das bräuchte ich einen Bautrupp und den habe ich nicht, momentan, schwach, schwach, da könnten wir eigentlich, eigentlich wäre jetzt gut, weil schau, jetzt könnte ich da mega Zeugs runterbomben, eigentlich müsste ich wirklich jetzt den Krieg erklären, also wirklich, dann hätte ich gute Chance, da, mindestens eins Schiff, ich meine, da ist nichts drauf, da ist nichts drauf, da ist nichts drauf, also eins Schiff, zwei Schiffe könnte ich zu Boden machen, der könnte ich zu Boden machen, der könnte ich zu Boden machen, der könnte zu Boden machen, gut, du gingst wieder raus, aber ich könnte dann da den schnell holen, dann hätte ich wieder ein bisschen Geld, w Hell sind Shaun die回來, Mary, Sie sagen, die ist gezwungen, wie sie wollen gerade was brauchen, aber irgendwie einenatur schon heiß zu KENNETH ist. So ali, so ali, so li, nat, sorry, so ali, so ali, so asi, nnen, so ali, so li, nknown, so ali, so ali, so ali, so ali, so ill, so ali, solle, niu, come mal als Schlachtschef, äääh, du könntest in Melbourne noch so ein Zoo bauen, äääh, dannável, ääh, dann, ääh, Kriegsvertrais abgelaufen mit dem Augustus, ja, du ich glaube, ich muss dir jetzt hier jetzt da den Krieg plan- Du servierst mir deine Leute gerade auf einem goldigen Tablett und weisst du was, ich mache jetzt das, egal, ja, tschüss, okay, also jetzt muss ich aber gut überlegen, wer schiesst auf wer, du schiessest, äh, ich bin unzufrieden, wieso bin ich jetzt unzufrieden, Mensch, wieso bin ich jetzt unzufrieden, weisst du was, Römer, Du willst sicher deine Stadt wieder haben, komm, gib mir Uran dafür, äh, sagen wir 3 und, äh, Gold, und dann bin ich eigentlich schon zufrieden, ja, weisst du noch, 2 Gold pro Runde, ja, sehr gut, tschüss, so, gut, okay, das Städtli brauche ich doch nicht, also, so, schiess, äh, schiess, schiessen weg, Dann, äh, Zerstörer, oder nein, eigentlich bloß ein Schlachtschiff, so, so, dann, äh, tun wir, äh, eigentlich würde ich dich gerne, aber warte schnell, ich kann, äh, wo ist jetzt, äh, scheiss, äh, misch, so, geh weg, äh, dann, komm, Komm, du, mal, da rauf, äh, oder brauche ich dich, äh, da unten, ich glaube, ich brauche eben dich, da unten, ähm, ich kann dich, Ich brauche, zum dich abzuschießen, dann will ich aber dich weghaben, äh, die lassen wir dort, du kommst mir da jetzt schnell rein, so, dann kommst mir du, ah, wo kommt denn der Panzer her, äh, da, geh mal da raus, äh, ui, 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 da hat es ein U-Boot, äh, Fernangriff, Ah, da hat es nochmal eins, okay, dann muss ich mich zuerst um die kümmern, natürlich, weil, das geht gar nicht, äh, aber mit dir könnte ich doch, jetzt, nein, ich kann nicht so weit schiessen, äh, einfach mal Palenki angreifen, ah, da bist du ein Zerstörer, misch, da haben wir noch ein Schlachtschiff, äh, ich komme mit dir da hinhin und schiessen, Wer ab dich, lenkt aber leider nicht, okay, äh, habe ich ihn da, kein Zerstörer mehr, da habe ich noch einen Frachter, äh, der kommt erst irgendeinig, okay, äh, jetzt machen wir minus 55 Gold, Na ja, äh, da muss ich mit dir wieder raufkommen, äh, mit dir würde ich gerne da bleiben, einfach schnell zum Schauen, du hast alles da innen, okay, aber wo ist jetzt dein Typ, äh, mit dir setze ich mal da rein, Dann kommst du mal da vorne, äh, dich schicken wir auch mal da noch schnell vorne, äh, dich könnte ich eigentlich da raufschicken, ja, komm, mach das, genau, gut, wo sind meine Einheiten, da hinten kommt es, komm, schneller, komm, schneller, Äh, äh, habe ich eigentlich noch keine, habe ich noch mehr Panzer, nein, wieso nicht, wieso habe ich keinen Panzer, ja, Pech, äh, also, jetzt wirst du mit deinen drei Flugzeugen kommen, Aber, das macht mir eigentlich nicht so viel aus, weil, hauptsächlich ist, dass da ein bisschen aufgeräumt ist, oh, ein, zwei Schlachtschiffe habe ich verloren, all right, aber nur zwei Schlachtschiffe, das geht ja noch, das geht ja noch, genau, da habe ich noch etwas verloren, ähm, komm doch ein bisschen weg, äh, da habe ich wahrscheinlich noch ein U-Boot verloren, oder, oder nein, Zerstörer, zeigt es mir da nicht alles an, oder was, Hm, nicht gut, äh, warte, Zeit, 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 da kommst du jetzt, mit dem Zerstörer, ah, du hast da zwei Flugzeuge drauf, aber für den habe ich eigentlich keine Angst, äh, grosser Künstler, danke, Musiker, super, sehr gut, okay, äh, ich will die Stadt hier einnehmen, also, schiessen wir jetzt einfach mal hier drauf, In dem, dass du noch etwas da vorne kommst, äh, mit dir komme ich da vorne, du könntest, äh, gegen, äh, Marineeinheiten machen, das ist okay, da muss ich jetzt wirklich gut überlegen, wie ich das machen will, äh, drei, du musst, Da vorne kommst, äh, Mist, äh, okay, komm du mal, da rein, und, habe ich da, ein Schlachtschiff, habe ich da, okay, äh, das schaffe ich, du kommst mal da rein, schiessen, dann kommst du, Uh, kommst das, mag ich easy peasy, also, da kommst du mal da rein, und dann, vernichten wir halt mal das Schiff, das ist okay, dann, äh, Dann, äh, wollen wir, der oder der, der oder der, 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 gut, dich, muss ich auch da vorne haben, jetzt, brauche ich dich, aber da schnell zum heilen, äh, dann haben wir, Bomben, äh, ja, wollen wir es mal wagen, oder? Ja, ja, wagen wir, sehr gut, sehr gut, das funktioniert, ja, einwandfrei, äh, nein, du kommst da vorne, und, du tust das mal plündern, äh, kann ich dich gerade nochmal plündern, nicht, dann ist da schnell heilen, äh, du bleibst, dann kannst du, nicht da vorne, warum kannst du, ah, weil du, ah, Mist, du musst jetzt tatsächlich da ins Wasser rein, äh, Ah, also gut, äh, dann kommst du bis da hinten, äh, das U-Boot brauche ich da unten, äh, warte, was ist jetzt los, ich habe irgendwie verklickt, da, das U-Boot brauche ich da unten, habe ich gesagt, äh, du kannst aber noch eins fahren, gut, äh, dann haben wir den Silvestre, der schnell ein bisschen Musik macht, den Besuka schicke ich da hinten, äh, äh, was brauche ich da noch, äh, eigentlich brauche ich da vor allem mal noch Eisen, aber, äh, Eisenbahnschienen, äh, da habe ich noch einen zweiten, habe ich zwei Musiker gehabt, okay, gut, danke, äh, dich lassen wir da, äh, das Schlachtschiff lassen wir auch da, ja, oh, warte, habe ich da jetzt nicht etwas gesehen, äh, warte, 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 da habe ich doch etwas gesehen, ah, das ist meine, okay, dann haben wir da nichts, das ist ein Marokkaner, ja, und du kommst eh nicht bis auf Salzburg, das ist okay, äh, der Speer bleibt sowieso dort, wo er ist, was machst du da unten, ah, Mensch, äh, jetzt muss ich da mit dir so rüber, äh, da haben wir ein U-Boot, wo wir da hinschicken, dann haben wir da noch ein Schlachtschiff, wo wir da hinschicken, habe ich da nicht noch eins gehabt, nein, habe ich nicht, okay, äh, Zerstörer, habe ich da noch, ähm, dich machen wir da mal schnell fertig, äh, so, dass wir wieder weggehen, du kommst da nicht mehr weiter, also, äh, warte, 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 nein, 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 du bleibst einfach mal sitzen, so, dann, oh, braucht, äh, Zirkus, dann brauchen wir ein Pagode, da gibt es nämlich auch Zufriedenheit, die kaufen wir uns aber in Salzburg, äh, so, dann hast du, was noch, was gibt ein Tempel, ja, nur Glauben, ähm, machen wir da noch ein Amphitheater, und da sind, äh, Wien ist glücklich, Delmon ist glücklich, Giasso ist glücklich, Badenwot-Kupfer, äh, du bist glücklich, und du bist glücklich, da sind alle glücklich, und tatsächlich, wir haben, äh, Künstler und einen Musiker, sehr gut, sehr schön, äh, Gold für Wellington angebunden, Gold für Lübeck angebunden, hey, wir sind ja super gut getroffen, dann, das Schlachtschiff ist weg, und das Schlachtschiff ist weg, die anderen sind eben irgendwo da unten, äh, was habe ich, in zwei Runden, dann kommt erst wieder eins, hmm, äh, was machst du eigentlich, wieso kommst du nicht da, einfach direkt ins Wasser, so, wir schauen, dann in der nächsten Runde, was da, äh, unser Pakaliner, äh, Pakalaner, Pakaler, Pakal, zu bieten hat, ich danke vielmal, dass du da dabei warst, und hoffe, du bist das nächste Mal auch wieder, in dem Sinn, cheers! Tschüss!